Und heute gibt es mal wieder eine Runde. Alles spitze. Wir gehen auf 2 Euro. Los geht's. Schöner Start. Na? Okay. Versenkt. So. 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 Tch! 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 Der scheint ja mal überhaupt keine Lust zu haben hier. 40, jawoll weiter, komm. Klauter gibt es da nicht. So, Spielwechsel. Kann aber nicht wahr sein. Und wir schauen mal hier rein, Kongstempel, 2 Euro Einsatz. So, let's... Das war's für heute. 112 New York Warum nicht? Und hier kommt mal eine Runde Doppelbuch, 2 Uhr Einsatz, jawohl, das ist gut, da muss nur noch kommen, der Teil, und ein A. Ah, knapp die Lämme! Das war's für heute. 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 Da kommt's. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und wir drehen heute mal. Mal gucken, ob wir hier noch mal gucken, ob wir ein paar Power Spinser gattern können. Das war's für heute. 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 Ach, das sind ja hier keine Power Spins, das sind ja hier Super Spins, dann wollen wir mal gucken, ob da was Supermäschen kommt. Na, wo sind sie denn? Hoppla hopp ey! Na, nun aber los, mal voll! Oh, yeah, weiter, weiter, weiter! Na, mach da zu! Na, mach da zu! Super Spins! So, das ist schon weniger! Dann wechseln wir mal! Und hier mal zwölf Spiele Revo Plus! Zwei Euro Einsatz! Schau mal, das wirkt hier! Hm, nicht wirklich was! So sollten die natürlich nicht laufen und ein Ründchen Klonbonus, Sternchen, das wäre natürlich nett wenn der kommen würde. Oh, es kommt schon. Oh, gibt es doch nicht. Verflixt noch irgend. Und heute drehen wir mal hier eine Runde. 1 Uhr Einsatz. Mal schauen, was es wird. Ah, schon, ihr klaut. 40 Minuten. 100 Minuten. Ah, schon 40 Minuten. 100 Minuten. Oh, klau doch nicht immer zu. Oh, klau doch nicht immer zu. Oh, klau doch nicht. Oh, klau doch nicht. Na? Mensch, so kriegen wir da doch nie voll, ey. Oh, ich kann schon da mopsen. 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 Ja, ja. Ich kann schon da mopsen. Ein sofort gewinnen. Wahnsinn. mehr davon kommen ist nicht möglich fünf action games dann ist Schluss doch was schiebt nach sieben oder joker ist das ein saubeutel die 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 Das soll nicht sein. Dann kriegen wir nicht voll das Ding hier. Unmöglich. Zwei Siebener, natürlich nicht. Das war es, so viel dazu. Und hier gibt es mal Fresspiele. Na los, ruhig mal ein paar mehr hier von den Dingern da. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das kommt schon. Rück die anderen beiden auch noch raus. Mach das aber da nicht. Sauf käste. Und mal rein und hier komm. Hey. Ja in der Wienersatz. Das war's. Das war's. Wahnsinn. Das schafft ja wieder voll. Lumpy. Und einmal Crystal Ball. Oh, nice. Nein. Oh. 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 Strenge mal ein bisschen an hier. Alter, knappe Kiste. Na Wahnsinns, Ausbeute. 5,20 Euro, echt süß. 6,20 Euro, echt süß. Der Lumpier 3. Weg. Schauen wir mal eine Runde weiter hier. Zündet nicht so wirklich. Und hier kommt ein Volker rein geflattert. Ein Uhr Einsatz. Mal schauen, was das uns beschert. Und viele grüne Föder. Ja. 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 Och. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. sehr schön ohhohoho das war schon knapp und da haut er ab 200 euro 10 Freispiele Forbidden Princess 10 Freispiele Forbidden Princess 10 Freispiele Forbidden Princess sehr schön 300 hübsch hübsch die geht die geht die geht die geht die geht die geht das ist ein Vorsicht, ja. Noch ein Versuch. Und das waren sie. 344. Und heute gibt es mal hier eine Runde. Schauen wir mal, ob wir was abstauben können. Lange nicht gespielt. Boah, fällt ja nur zurück. Oh, guck an. Oh, voll die Kiste hier. Da kommt nichts mehr dazu. Uhhh. 46 und 50. 46. 46. 46. 46. 41. 41. 42. 44. 65. 42. 42. 44. 41. 41. 43. 42. 42. 43. 42. 44. 42. gute Dauer nicht hier. Wechseln wir nochmal ne Runde. Und heute gibt es mal hier ne Runde. Los gehts. Drei Grüne. Wenn es mal so einfach wäre. 2 2 Die hat auch keine Power. Wir haben die Malta hier. Mann, ihr habt bloß nicht zu füllen. Zwölf, zwanzig und dann nehmen wir noch zwei Euro. Guck an, guck an, wer damit ist. Und jetzt noch drei Grüne. Guck an, guck an, guck an. Keine Grünen in Sicht. Dann machen wir mal einen Spielwechsel. Und ein Rundchen Magic Maraud Deluxe 2. Einer Reinsatz. Lass ich aber zwar mal was Schönes hier. Da hab ich mir das andere täuscht. Aber nein, vielleicht gibt es ja eine Verlängerung. Da hab ich mir das. Da hab ich mir das. Das war's für heute. Fünf wären auch mal nett. Zweite Zerpol kommt so nicht dazu. Schade. So, wir tauschen mal 200 Euro. Mal schauen, was wir dafür kriegen. Knapp 40, Alter. Verbrecher. Man, gibt's doch nicht. So ein Lump do. Und eine wundervöse Zandrick. Na los, holen wir ein paar raus hier. Boah, ein geiles Krang doch. 50 Cent. Wahnsinn. Und heute gibt's mal hier eine Wunder. Mal gucken, ob ein paar Power Spins gibt. Mal gucken, ob wir das. Mann, der sagt ja mal wieder Januscht hier, ist ja echt übel. Geils Kragen. Auch nur einer. Okay. Das sieht schon freundlicher aus. Sehr schön. Super. Wollen wir den Wagen? 37 Stück? Komm, machen wir. Ja. Super. Ja, das ist ein weiter Weg. Das ist ein weiter Weg. Das ist ein weiter Weg. Ja, das ist ein weiter Weg. Ja, das ist ein weiter Weg. Ja, das ist ein weiter Weg. 2.25 wie geil ist das denn ich glaube wir haben alles richtig gemacht ist ja irre hammermäßig übel alter über 2k ja ist ja der wahnsinn ha 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 aber wiesig alter schreck ist ja uwe mal gut dass wir die 300 riskiert haben ist ja wahnsinn alter schreck alter schreck wahnsinn wahnsinn ja hör mal her die radarten wie geil ist das denn übelst geil wie er fühlt sich er fühlt sich ans hoff Es ist ihm halt noch ein Anniaschen. 109 bleiben, Häuschen, sehr schönes Ding, richtig geil, Hammer, naja dann lassen wir mal buchen, könnte ja ein bisschen länger dauern. Und da kommt auch schon die nächste Runde. Und schon wieder Häuschen, 1999 bleiben stehen, naja und so geht das immer lang hin hier. Ja. Ja. Ja.